Ein herzliches Willkommen zum dritten Bier-Advents Donnerstag. Mein Name ist Marina Herzmeier und wie jede Woche begrüße ich euch aus unserem Bier-Tasting-Live-Studio aus Salzburg. Ich freue mich schon wieder sehr, mit unseren Experten und Expertinnen und auch euch die Biere der letzten Woche verkosten zu können. Und damit wir euch quasi zu uns ins Studio holen können, braucht es natürlich keinen geringeren als unseren Claudio. Hallo Claudio! Hallo zusammen, grüß euch! Und weil bei uns letztens die Frage eingegangen ist, was hat es eigentlich mit diesem Namen Claudio auf sich, gibt es jetzt eine kurze Auflösung. Unser Claudio sitzt zum einen auf seiner Wolke, auf seiner Cloud und durch die Cloud ist er mit euch digital und der ganzen Welt verbunden und daher der Name Claudio. Ganz analog und live heute hier bei mir sind unsere spannenden und sehr kompetenten Gäste und zu diesen begeben wir uns nun auf die Couch. Schönen guten Abend! Hallo, freut mich, dass ihr hier seid. Dritte Woche, wieder neue Gäste und ich habe schon angesprochen, sehr kompetente und spannende Gäste haben wir hier. Und damit wir dann nicht in Rätseln weitersprechen, würde ich euch gleich bitten, dass ihr euch kurz vorstellt, ich würde sagen, Ladies first. Liebe Mareike, stell dich doch einmal vor, woher kennt man dich? Vielen, vielen Dank. Ich sage auch Hallo an euch alle zu Hause, Hallo, dass ich hier sein darf, Hallo an euch. Ich freue mich sehr, dass wir heute alle hier zusammen sind und Bier trinken. Mein Name ist Mareike, ich bin freie Journalistin, schreibe zu 85 Prozent tatsächlich nur über das Thema Bier, bin Craft-Bier-Bloggerin der ersten Stunde, mein Blog heißt feinerhopfen.com, den betreue ich jetzt schon seit fast zehn Jahren, ist unglaublich. Ich bin Bier-Sommelier, bin Certified Member of the Institute of Masters of Beer und habe bei der Deutschen Meisterschaft im vergangenen Jahr, vorletzten Jahr, die Bronzemedaille gewonnen und bin im vergangenen, neben diesem Jahr, bei der Weltmeisterschaft, die beste deutsche Frau weltweit geworden. Wow, also ich habe euch nicht zu viel versprochen, ich habe es gesagt, sehr, sehr kompetentes Publikum oder Gäste, die wir heute hier haben. Schön, dass du da bist, Mareike. Vielen, vielen Dank. Freut mich wirklich sehr. Danke. Einmal bitte, wir schauen weiter hinüber, Georg Rittmeier, bitte stelle ich auch dich und deine Brauerei mal kurz vor. Ja, herzliches Dankeschön, dass ich hier sein darf und einmal ein herzliches Grüß Gott aus Franken hier in Salzburg. Ja, mein Name ist Georg Rittmeier. Ich komme aus der gleichnamigen Brauerei Rittmeier, die aus dem Eischgrund kommt. Ich hatte heuer das Vergnügen mit meiner Brauerei, das 600-jährige Jubiläum zu feiern. Da bin ich sehr, sehr stolz darauf. Ich habe noch andere Hobbys außer Bier. Ich bin entnehmensbei noch Präsident vom Verband der privaten Brauereien in Bayern. Das ist kein außerbierliches Hobby. Ja, es macht sehr viel Spaß und ich bin da stolz drauf, auch für die Kollegen da sein zu dürfen. Und es ist einfach das Schönste für mich, ist über Bier zu reden, Bier zu trinken, Bier zu genießen und Bier in die Welt hinaustragen. Dann bist du bei uns heute wirklich perfekt, das muss man wirklich sagen. Und ich habe auch eine österreichische Vertretung. Lieber Mirko, bitte auch um deine Vorstellung. Ja, recht herzlichen Dank. Ich bin Mirko Mayer, bin der dritte Deutsche im Bunde, lebe seit drei Jahren in Österreich in Christkirchen, bin Verkaufsleiter und Prokurist der Brauerei Christkirchen und Diplombiersommelier. Absoluter Quereinsteiger. Ich komme aus dem hohen Norden, hatte vorher gar nichts mit Bier zu tun, außer dass ich sie immer gerne getrunken habe und führe nun eben mit meinem Schwiegervater die Brauerei Christkirchen. Schön. Also das Wichtigste, was wir schon immer sagen, dass man es gerne macht und dass man es gerne trinkt. Also, dreimal Deutschland, schon mit der österreichischen Brauerei. Aus Franken haben wir auch jemanden hier dabei. Wo kommt denn ihr heute alle her? Ich glaube, Claudio hat schon ein bisschen abgecheckt, wo unsere Community heute live dabei ist. Claudio, gibt es schon ein kurzes Update? Na ja, bis dato steht man Düsseldorf da. Also ich auf meiner Bierwolke weiß natürlich, wo ihr alle sitzt, aber wir hier oder die Gäste hier wissen das natürlich nicht. Also schreibt mal noch fleißig rein, wo ihr denn alle seid. Würde uns brennend interessieren. Genau, wir haben nämlich auch eine Grafik eingeblendet. Jetzt sehen wir sie. Oh, schau, das ist schon gut. Österreich, München, sehr stark vertreten. Berlin, auch der Westen, Deutschland. Also da sind schon sehr viele heute bei uns dabei, die mit uns gemeinsam Bier verkosten wollen. Und genau um das geht es jetzt auch. Lieber Georg, deshalb bitte ich dich. Du sitzt am nächsten. Bitte öffne doch das Kästchen Nummer 15 für uns. 15 wie der 15. Dezember. 15. Dezember, genau. Weihnachten nähert sich, es wird schon ernst. Hoi. Mir ahnt Böses. Kommt dir da etwas bekannt vor? Der Kronenkolgen, den kenne ich irgendwie. Also der Kronenkolgen, also das ist unser Festbier zum Jubiläum. Das ist aber so ein Zufall. Schön. Du hast es ja schon angesprochen. 600 Jahre gibt es eure Brauerei jetzt schon. Rittmeier Brauerei. Ihr habt auch unzählige Auszeichnungen in dieser Zeit gewonnen. Ich habe da heute mal durchgeschaut von Gold, Silber, Bronze. Da glänzt und glitzert es quasi nur so auf eurer Homepage. Wie wichtig ist also euch auch das, dass ihr das immer wieder zeigen könnt, wie wertvoll oder wie viel Leidenschaft ihr in eure Arbeit hineinsteckt? Ja, das ist so wie beim Sport. Man will sich messen. Man möchte wissen, wo steht man. Und man ist natürlich mega stolz auf so eine Medaille. A, ist es einmal schon ein gutes Werbemedium. Ganz ehrlich muss man dazu sagen. Und B, man kann sich vergleichen mit den anderen Betrieben. Ich behaupte ja immer, und das sage ich jetzt nicht ganz so laut, sonst kriege ich vielleicht doch von meinen Kollegen so einen oder anderen Tritt. Der wahre Weltmeister im Rauchbier sitzt am Sofa hier. Dann sagen wir uns doch bitte einmal, Georg, was macht dieses Bier? Was ist so typisch Rittmeier daran? Ja, es ist ein Festbier, das wir extra zum Jubiläum kreiert haben. Ich persönlich bin ja auf sehr vielen Bierfesten unterwegs und habe immer das Problem mit den Maßgrüben. Und wie ist es? Du bekommst ein Bier, das ist frisch, das ist ein Maß. Der Sommer ist da, du trinkst und irgendwann wird das Ding warm. Oder dann, wenn zu viel Hopfen drin ist, es wird zu bitter oder es ist zu süß. Und dann, was passiert? Der letzte Schluck schmeckt nicht mehr. Und ich habe gesagt, der Verbraucher sagt auch, ah, das Bier ist nicht gut, weil der hat den letzten Schluck im Kopf. Und die Aufgabenstellung bei dem Bier war die, der letzte Schluck muss so schmecken wie der erste. Und dann haben wir vier verschiedene Sude gemacht. Und dabei ist dieses Bier entstanden. Und da sind wir ganz, ganz stolz drauf. Und ich danke auch meinem Braumeister dafür, den Kevin Düsel. Der hat sich da richtig viel Mühe mitgegeben und das ganze Team dabei. Sehr schön. Also sehr wunderbar, dir zuzuhören, wie viel Leidenschaft und Freude da wirklich dabei ist. Schreibt uns doch auch einmal für alle, die schon verkostet haben, wie es euch damit gegangen ist. Und ich würde sagen, wir starten jetzt auch damit, mit der Verkostung des Festbieres. Ich lasse das ja normalerweise immer die Experten machen, weil bei mir schaut das noch mal so gut aus immer. So. Ich nehme einen Schluck von euch. Da bin ich nicht so. Seht ihr schön, Mareike? Vielen Dank. Nimm nur ganz ein kleines, bitte. Der Abend ist ja noch lang. Dankeschön. Und wir haben ja eigentlich die Qual der Wahl, aber dadurch, dass du schon so lange und so intensiv in diesem Business drinnen bist, würde ich dich einmal bitten, mit uns diese Verkostung durchzumachen, liebe Mareike. Wir haben ja in den letzten Wochen schon ein paar gesehen, aber mit einer, die bei der Weltmeisterschaft dabei war, glaube ich, war noch niemand dabei hier auf dieser Couch. Also würde mich interessieren, wie du an sowas herangehst. Also man genießt ja tatsächlich mit allen Sinnen, auch bei der Bierverkostung. Und es ist das Erste tatsächlich, dass man, das klingt zwar ein bisschen blöd, aber das Erste ist die Haptik. Man hat quasi das Gewinde in der Hand und man weiß jetzt in dem Fall, was wird's haben. Acht Grad ungefähr, also es ist kühl, es ist nicht warm. Das ist schon mal der erste Eindruck, den man hat. Acht Grad ist es? Schauen wir mal. Gut, für dieses 5,8 Kohlungsprozent. Es könnte auch ein bisschen wärmer sein, bei der Verkostung ist es immer nicht schlecht, wenn das Bier auch so 10 bis 12 Grad ungefähr hat, weil dann kommen die Aromen einfach stärker durch. Weil alles, was eiskalt ist, das ist genauso beim Wein oder auch beim Champagner, unter 7 Grad schmeckt man eigentlich die Aromen kaum. Freundlich. Genau. Das ist richtig. Genau, und dann guckt man sich quasi, also dann kommt die Optik und dann guckt man sich quasi das Bier mal genau an im Glas. Und dann schaut man sich die Farbe an, man schaut sich die Trübung an, man schaut sich den Schaum an. In dem Fall würde ich jetzt sagen, es ist auf jeden Fall ein sehr, sehr schönes, ein glanzfeines Bier. Es geht so in die Goldrichtung. Es, wie gesagt, es sind überhaupt keine Trubstoffe drin. Man sieht auch hier im Glas so kleine Bläschen von der Kohlensäure, die aufstehen. Der Schaum 1A, fast schon sahnig, schneeweiß, total stabil. Kleiner Tipp an die Zuhause, die es nicht wissen. Wenn man das Glas so ein bisschen so dreht und der Schaum quasi an der Glaswand haften bleibt, wie es jetzt auch hier der Fall ist, ist auch immer ein Zeichen von einem sehr, sehr guten Schaum. So. Und jetzt riechen wir. Jetzt riechen wir genau. Und es empfiehlt sich auch immer, das Glas so einmal kurz so aufzuschwenken. Nicht zu viel, weil wir wollen ja die Kohlensäure im Bier behalten, aber so einmal kurz aufschwenken und dann einfach mal riechen und dann einfach mal gerne überlegen, was kommt einem in den Sinn, nach was riecht dieses Bier. Und ich bin jetzt auch mal gespannt, was ihr zu Hause hier in dem Duft vielleicht in dem Bier findet. Wir riechen einmal ganz kurz die Frage. Claudio, gibt es schon ein paar Stimmen dazu, zur Verkostung des Festbieres? Stimmen diesbezüglich nicht. Was wir auf jeden Fall haben, ist wohl vom Georg ein weiteres Bier, nämlich den Smokey George, der wohl hier schon bekannt ist in der Community. Lobend erwähnt, sehr gut. Lobend erwähnt, muss man einfach sagen. Ja, sonst sind alle gut drauf. Kommen tatsächlich verteilt aus verschiedensten Bundesländern Deutschlands, Österreichs. Also sind wir heute breit aufgestellt. Sehr schön. Dann lassen wir einfach die Expertin weitermachen. Und lieber Georg, du sagst uns dann, ob das stimmt, was drin sein sollte. Ich bin ja beim Riechen immer wirklich schlecht, aber es riecht sehr spannend. Genau. Also ich finde, es hat eine leicht Hopfenblume auf jeden Fall. Es ist leicht blumig vom Hopfen. Es ist würzig. Es kommt aber auch vom Malz, kommt so eine Honignote rüber, die auch so ein bisschen vielleicht an so Weißbrot erinnert. Und also wenn man jetzt hier noch länger dran riecht, man findet immer noch irgendwas. Und das macht Bier auch so spannend, weil einfach so viele Aromen drin sind, die man finden kann. Und jetzt würde ich sagen, nehmen wir mal den ersten Schluck. Wenn ihr... Zum Wohl. Und ihr zu Hause, falls ihr es auch im Glas habt, den ersten Schluck gerne runterschlucken und den zweiten dann mal im Mund lassen und auch mal überlegen, was schmeckt dir? Was passiert auf der Zunge? Das habe ich auch noch nie gehört. Warum das? Warum den ersten Runterschluck und den zweiten? Damit einfach die Zunge und der Gaumen schon mal aufs Bier vorbereitet ist. Und wenn man bei meinem ersten Schluck drin hat im Mund, dann ist es oft so, dass die Aromen sich noch gar nicht so entfalten. Also den ersten Schluck gerne mal runterschlucken und dann das Bier mal im Mund lassen. Da gibt es auch noch einen Trick für die Verkostung. Das nennt sich Retro-Nasal. Sprich, wenn man das Bier im Mund hat, dann öffnet man den Mundraum. Also nicht vorne die Lippen, weil wir wollen ja, dass das Bier im Mund bleibt und nicht auf der Kleidung landet. Sondern den Mundraum innerlich öffnen und dann durch die Nase ein- und ausatmen. Weil 85% aller Sensorik passiert über die Nase. Ihr kennt es, wenn ihr Schnupfen habt, dann schmeckt und riecht ihr nichts. Und so könnt ihr quasi das Aroma ein bisschen belüften. Ich würde alles lernen. Du bräuchtest ein Mikro, lieber Mikro. Ich habe sogar eins. Ja, durch das Retro-Nasal bekommst du halt weitaus mehr Aromen einfach herausgespült, als wenn du es jetzt nur eben riechst und schmeckst. Ja. So, und was gibt es jetzt hier zu schmecken? Also ich finde, dass der Geruch eigentlich, Kompliment, Georg, und auch an deinem Brommaster, der Geruch hat eigentlich, oder der Geschmack spiegelt eigentlich auch das wieder, was der Geruch schon versprochen hat. Also es ist wirklich so eine schöne, leichte Malt-Süße, die mit dabei ist. Es ist dieses Würzige vom Hopfen mit dabei, so was leicht Blumiges. Und wenn man das Bier runterschluckt, das ist übrigens ganz wichtig bei einer Bierverkostung, Bier muss man immer runterschlucken, weil, auch hier bestes Beispiel, man kriegt erst die Bitterkeit, die durch den Hopfen kommt, die kommt erst hinten im Abgang, im sogenannten Finish, wenn man das Bier runtergeschluckt hat. Und das ist anders als beim Wein, aber beim Bier, wie gesagt, wenn man es professionell verkosten möchte, bitte immer runterschlucken. Und ich muss sagen, es ist super süffig, es hat einen trockenen Abgang, was ich immer schön finde, weil wenn es trocken ist, dann denkt man immer, man verdurstelt und man hat Lust auf den nächsten Schluck. Das wollte er doch unbedingt zu haben, vor allem beim letzten ist es wichtig gewesen. Danke für deine, wirklich danke, das hast du super dargestellt und das ist genau das, ich sage immer, die Biere, die sind so gemeint, weil wenn man getrunken hat, hat man schon wieder Durst und das will ja der Brauer. Bier ist dann gut, wenn ich noch ein zweites will und wenn das zweite lässt, ein drittes, ein viertes, ein, naja, dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Aber Mareike, hast du genau richtig erkannt, das war auch unser Gedanke an dem Bier und vor allem auch, wenn man es jetzt, wir haben ja so schöne, wunderschöne Tastinggläser, kann ich euch übrigens empfehlen. Da kann man schön anwärmen, kann schön riechen, hat dann, Bier kommt auf die Mitte der Zunge. Also bitte bestellt euch die mit, das macht richtig Sinn. Aber ich diese hässlichen großen Maßgrüche, aber es ist einfach mal so, Bier muss dann auch daraus einen Maßgruch schmecken und wie gesagt, das war das Ziel dabei. Weil ich glaube, es ist uns ganz gut gelungen dabei. Sehr schön. Wir haben ja auch die Bier-Tasting-App, auf der ihr hoffentlich fleißig jeden Tag eure Bewertungen abgebt. Und da gibt es immer die Bewertung eben von Schaum, von Farbe, Geschmack, Geruch. Wie würdet ihr dieses Bier jetzt bewerten? Also du musst jetzt einmal zuhorchen. Lieber Mirko, was würdest du so sagen? Du darfst dir auch einen Aspekt heraussuchen. Also ich bin begeistert von der Farbe. Also das entspricht eigentlich genau dem, was ich mir erwarte, wenn ich das Glas mir anschaue. Eben dieses satte Gold-Gelb. Da erwarte ich mir halt auch etwas, einen kräftigeren Körper. Und den hat genau dieses Bier. Und deswegen gehe ich eigentlich schon mit einem Vorurteil an dieses Glas und trinke. In der Hoffnung natürlich, dass eben auch meine Vorstellung erfüllt wird. Aber sie wird halt auch wirklich erfüllt. Und ich finde halt, die Bittere ist extrem gut eingebunden. Und kommt im Nachhinein bei dem Abgang extrem gut heraus. und regt sofort zum Weitertrinken an. Finde ich echt glösser. Als Farbe von 1 bis 5, würdest du welche Note geben? Also Punkte. Note 5 ist das Beste. Ja, eine 4,5. 4,5. Aber warum würdest du das so abzugeben? Nein, ich wollte noch zu nerven. Ich finde es immer interessant, weil ich bin auch International Beer Judge. Das heißt, ich darf auch international bei Wettbewerben Piere mit verkosten. Und solche Biere wie Festbier, Helles Pilz und sowas, die werden grundsätzlich immer schlechter bewertet. Warum auch immer. Deswegen finde ich das eigentlich immer interessant, dass ich glaube, bei den Apps ist es wahrscheinlich auch so, dass gerade solche Biere, ich sage es mal, es ist nur in Anführungsstrichen ein Festbier. Aber das ist halt die Kunst, dass die Brauer das hinkriegen. Also ich würde echt eine glatte 5 geben. Schön. Sehr gerne, weil dann kommt gleich der Claudio. Also dazu, zu deinen 4,5 Hans, glaube ich. Ich war vor 19 Jahren das erste Mal verkostet beim Eurobim Bierstar und da gab es noch die Streichergebnisse. Das weißt du auch noch, glaube ich. Und ich war zu 90 Prozent das Streichergebnis, weil das Schlechteste und das Beste wurde immer gestrichen. Und ein Jahr darauf habe ich auch nur 4,5 von 5 geklärt. Siehst du? Es passiert irgendwie immer automatisch. Ich frage mich aber, warum? Ich weiß nicht. Deswegen habe ich gefragt. Das ist die vielleicht gesetzt. Keiner traut sich Ja und Nein sagen. Egal. Lieber Claudio, du hast eine Frage. Ja, also bei den Zuschauern kommt das Bier auch sehr gut an. Die Frage war auch von einem Zuschauer, ob es das Bier auch im Fast zu kaufen gibt. Also ihr habt wohl Durst. Ihr möchtet es in eine Maske? Also wir haben dieses Bier jetzt im Jubiläumsjahr, das ganze Jahr in der Flasche und im Fast gehabt. Wir lassen das jetzt auslaufen, weil das Jubiläumsjahr ja vorbei ist. Und es ist halt ein Festbier zu der 600-Jahr-Feier. Dieses Bier wird jetzt immer als Festbier ausgelobt zu Ostern, zu Weihnachten, zu Kirchweih oder zu speziellen Festivals. Und da wird es dann auch wieder verschiedenmal, wann es Festbier gibt. Aber dauerhaft werden wir es nicht mehr im Fast haben. Okay, Dankeschön. So, und dann hatten wir ja nicht nur den Deutschlandkalender, sondern auch den Österreich-Kalender. Und da war euer Bier drinnen vertreten. Jetzt müssen wir das ein bisschen zur Seite räumen, denn wir wollen natürlich auch eures ein bisschen verkosten. Erzähl einmal, lieber Mirko, auch eure Brauerei gibt es schon seit 300 Jahren, also auch schon wirklich ewig. Ja, seit, also, urkundlich erwähnt, das erste Mal wirklich 1708. Und da draußen ist dann halt, die Brauerei war damals dann wirklich eine Genossenschaft. Aus der Genossenschaft ist dann irgendwann eine Aktiengesellschaft geworden. Dann, also das ist jetzt nur ein kurzer Abriss zu dem, dann ist die Brauerei auch Teil der Steirer Brau gewesen. Die Steirer Brau gehört ja mittlerweile auch zur Brauunion. Dann ist die Brauerei, bevor sie mein Schwiegervater übernommen hat, schon an den Gustav Harmer gegangen. Der hat die Brauerei privatisiert. Der hat die Anteile der Steirer Brau quasi zurückgekauft. Und seitdem ist die Brauerei wieder im privaten Händen. Und mein Schwiegervater hat die Brauerei 2013 übernommen, eben von Gustav Harmer. Ich habe auch bei euch auf der Homepage gesehen, unser Herz schlägt für perfektes Bier. Jetzt sind wir gespannt, was macht dieses gestopfte Bock perfekt für die Vorweihnachtszeit? Für den 15. Dezember. Ja, ich weiß nicht. Wollen wir vielleicht erst einmal die Gläser füllen? Du kannst jetzt, wie wir so sagen, du könntest die Hosen voll machen und dann schauen wir, ob es stimmt. Wir wollen natürlich auch deines gerne verkosten. Bitteschön. Vielen Dank. Die Vorweihnachtszeit ist natürlich auch die Zeit der Festbiere und eben halt der Bockbiere. Und wir bringen jährlich einen Weihnachtsbock heraus. Und der liebe Peter rief mich natürlich wieder rechtzeitig in diesem Jahr an und hat gefragt, ob wir dann nicht wieder im Kalea-Kalender, Adventskalender dabei sein wollen. Und da habe ich sofort gesagt, na selbstverständlich, lieber Peter. Ich habe mir auch schon einen Biergedanken dazu gemacht und eben haben wir dieses Bier eigens eingebraut. Also der Adventkalender war natürlich der Anstoß des Ganzen und wir wollten halt wirklich ein besonderes Bier dafür machen. Wir haben immer wieder saisonelle Craftbiere oder craftigere Biere oder ich sage mal, Craftbier ist halt jetzt vielleicht auch wieder der falsche Ausgabe, aber eher abseits des Mainstreams Biere gebraut. Und eben dieser gestopfte Bock, wie der Name schon sagt, haben wir den Bock Hopfen gestopft. Und das Ganze doppelt. Also Double Dry Hopped. Sehr schön. Wir haben das ja, ich glaube, bei der ersten oder zweiten Sendung schon einmal kurz erklärt, was dieses Hopfen gestopft bedeutet. Magst du es noch einmal ganz kurz wiederholen? Damit wir es aktuell haben. Also wir haben quasi unseren Weihnachtsbock als separaten Sud noch ein weiteres Mal eingebraut und haben den separat im Lagertank gelagert und mit speziellen Hopfen, also mit Aromahopfen gestopft. Das heißt, in der Nachgärung im Lagertank zusätzlich Hopfen hineingegeben. Es riecht wieder unglaublich spannend für mich. Komplett ein anderer Geruch. Schauen wir auch hier noch mal schnell durch. Wie gesagt, die wichtigsten Eckpunkte haben wir jetzt gehört. Also ein stabiler Schaum, das ist absolut stabil, möchte ich mal sagen. Perfekt, auch super cremig wieder, wenn man reinschaut ins Glas, ist es perfekt. Aha, Farbe? Ja, geht eher so in die Cremefarbe, finde ich. Also der Schaum ist eher Cremefarbe, ist nicht schneeweiß und das Bier von der Farbe, also es ist naturtrüb, ist nicht filtriert und würde ich sagen, geht so in die gelb-orange Richtung. So was. Was riechst du, wenn du da riechst? Ich habe schon gesagt, das riecht für mich gar nicht. Kokosnuss. Ja. Es ist so Razzies drin. Oder Sabo. Also, wie wir den Hopfen oder die Hopfenverwendung hat ganz speziellen Hintergrund. Ich kann nicht einmal sagen, welche Aroma-Hopfensorten wirklich verwendet wurden, weil wir haben das Ganze mit Barthars zusammen gemacht. Wir hatten damals ein Barthars-Bier auch verkostet. Das haben sie mit Provoke-Pellets bearbeitet. Genau, ich hatte am Anfang auch das erste eine holzige Note, die ist aber jetzt in der Nase verflogen. Die schmeckst du aber. Du hast eine leicht holzige Note. Ganz leicht. Das heißt, der Vordergrund dieser ganzen Pellets, der Hopfenpellets, ist eigentlich eher das Eichige. Also wir haben, da sind Eichenspäne mit in den Pellets verarbeitet worden und die Mischung aus den Aroma-Hopfen ist eine unterschiedliche Mischung. Dazu konnten sie uns keine weiteren Angaben geben. Ich finde es cool. Ich finde es mega spannend, weil es mal wieder zeigt, wie man auch... Also es war absolut ein Schuss ins Blaue. Aber gelungen. Aber mit einem Volltreffer, denke ich. Ich bin auch gespannt, was ihr zu Hause zu sagen habt, bevor uns Claudia jetzt von der Wolke fällt. Lieber Claudia, gibt es eine Frage? Ja, Mirko hat tatsächlich die Frage beantwortet. Es war die Frage, welcher Hopfen wurde beim Stopfen verwendet. Aber es gibt positives Feedback, also sensationelles Bier. Das war jetzt so, dass der Community auch nochmal ein Kompliment an Mareike für die tolle Erklärung. Das war auch ein Thema. Auch Leute sind hier bei, die bei dir schon mal bei einem Testing-Abend waren, die das sehr toll fanden. Auch das muss man sagen. Also, wie Marina schon angekündigt hatte, tolle Gäste heute Abend. Gut, und wenn alle schon verkostet haben und sagen, dass es gut ist, dann müssen wir doch... Prost, meine Lieben, Prost! Ich konnte natürlich nicht warten, ich habe schon verkostet. Und was sagst du? Ich will jetzt nicht... Ich sage überragend, das Bier. Sensationell, sagt jeder Fußballer, sagen alle überragend. Diese feinen Holznoten, eingebunden in diesen Starkbier, das regt so an zum Trinken. Also, ich sage immer, solche Biere kann man nicht nur weg trinken, die kann man auch weg riechen. Im Fränkischen ist es auch weg schnaufen. Aber das ist... Oder ein Innotieren. Nee, aber selten so in den guten Bock getrunken. Meistens sind die Böcke, die, wenn älter sind, die haben viele Honigmonen. Haben wir hier überhaupt nicht so... Dieses Holz ist mit den Hopfen so wunderbar verbunden. Also, ganz großes, ganz, ganz großes Kino. Recht schon, danke. Wenn wir gerade so am Schwärmen sind hier und auch ihr in der Community zu Hause nur positive Worte findet, darf ich euch gleich einladen zu unserer Verlosung. Es gibt nämlich heute passend zu eurer Begeisterung eine Verlosung. Und zwar bitten wir euch, dass ihr in der App zu den Bieren, die ihr verkostet habt, eine Rezension schreibt. Und unser Claudio wird dann am Ende die schönste, geschmackhafteste, intensivste Rezension heraussuchen, die ihm am besten gefällt. Und ihr gewinnt dann, oder könnt gewinnen, eine 12er-Box von... Also eine Metallbox mit Bierspezialitäten. Also ein super Geschenk zum Weiterverkosten dann gleich nochmal. Und ich darf euch einladen auf unserer App eine Rezension hineinzuschreiben mit allen Emotionen, die euch beim Biertesten gekommen sind. Und auch, da können wir es gleich nochmal herzeigen, unsere Bier-Metallbox, gefüllt dann mit 12 Bierspezialitäten von Privatfraue rein, logischerweise. Auf jeden Fall. Und es ist sicher was sehr Köstliches dabei. Einen Kalender hatten wir ja noch, und zwar den vom Craft Beer. Und da haben wir zwar heute keinen Vertreter hier, aber wir schauen uns ein kurzes Video aus der Frauerei an. Wir stoßen dann noch dabei. Prost. Nicht, dass der Georg uns so durstet. Ich möchte euch unser Warnbundepilz vorstellen. Das Bier haben wir nach fünf Jahren erstmalig in diesem Frühjahr auf den Markt gebracht. Es ist sogar ein Award-Winning Bier. Meining Award Platin. Wow, wow. Alles, was spannend zu dem Bier ist, was man wissen sollte, verantwortet es selber. Kommt mal her, gucken. Und zwar haben wir eine Augmented Reality-Anwendung eingebaut, die für sich selber spricht. Herr Moin spaziert und willkommen zu überquels neuster Bierattraktion beim Bohlepilz. Naturbelassen, gefährlich sind nicht. Nehmt euch die Flasche, spielt die Anwendung einmal durch und jetzt viel Spaß bei der Show. Und wir haben ja schon angesprochen, die Kalenderbiere der letzten Woche. Da sind inzwischen sehr viele dazugekommen und ich will auch euch diese Woche wieder einladen, dass ihr wieder abstimmt, welches denn euer liebstes Bier aus dieser Woche war. Letzte Woche haben wir hier gestoppt, das heißt Deutschlandkalender, darf hier abstimmen. Dann, der Österreich-Kalender darf hier herüber abstimmen und unser Craft-Bier-Kalender hat diese sieben Biere diese Woche drinnen gehabt. Also geht es wieder hinein. Wir haben wieder eine Umfrage für euch gestartet. Welches war in der letzten Woche euer liebstes Bier aus den jeweiligen Kalendern? Und ich habe jetzt eine kleine Überraschung erlebt, denn bei mir hier auf dem Tisch sitzen auch noch ein paar Herren, die es sich gemütlich gemacht haben und die sind beschäftigt. Ich glaube, ich setze mich da ganz kurz zu euch dazu. Herzlich willkommen auch an euch. Schön, dass ihr da seid. Jetzt müsst ihr euch aber kurz vorstellen, wer hat sich da zu uns ins Studio hereingeschwindelt? Also ich bin der Bernhard Löw, ich bin der Braumeister von der Brauerei... Noch einmal. Also Moment. Ich bin der Bernhard Löw, der Braumeister von der Brauerei Winninger. Hallo Bernhard. Ich bin der Josef Niklas, Braumeister und Geschäftsführer von der Brauerei Ried, Brauerei Genossenschaft Riedemingres aus dem schönen Imwirtel. Und ich bin der Matthias Schneitl, der vierte in der fünften Generation aus dem Dorf Gunnarshausen und habe heute das Meisterbräu mitgebracht. Ihr habt den Bier mitgebracht. Ihr sitzt ja nicht ganz zufällig da. Ich glaube, ihr habt schon herein dürfen zu uns und habt jeweils ein Bier mitgebracht. Und wenn ich mir das so anschaue, die kommen mir bekannt vor. Die waren alle im Kalender in der letzten Woche, wenn ich das so richtig sehe. Dann nutzen wir doch schnell die Möglichkeit. Vielleicht, Herr Josef, magst du starten mit deinem Bier? Erzähl einmal kurz. Ja, die Brauerei Ried ist ja bekannt für das Weißbier und wir machen schon lange Zeit Weißbierböcke. Und irgendwann haben wir den Wunsch schon mal gehabt, wir holen wieder mal einen hellen Bock machen. Und das ist in Zusammenarbeit mit Kalea entstanden. Das ist ein untergäriger, heller Bock. Und ich habe dann zum Grafiker gesagt, machen wir mal was Frechs, weil sonst haben wir aber so traditionell. Und ich glaube, der Bock ist uns gelungen und das Etikett ist auch ein bisschen frech geworden. Eben, Etikett ist ja immer wieder sehr wichtig, auch für den ersten Eindruck. Da sind ja auch einige dabei, die wirklich sehr schön sind. Also mich hat zum Beispiel das mich sehr angesprochen. Diese Woche ist neutral, edel und trotzdem cool. Und ich habe gesagt, ich mache es was Fetziges. Finde ich auch immer richtig lästig, dass man sich da drüber traut. Ja, und gerade bei so Bierspezialitäten dürfen wir hin und wieder mal ein bisschen abweichen vom normalen Mainstream. Und man hat das ein klassisches Etikett. Schön aufgeräumt ist. Aber ich habe gesagt, mach einmal was. So wirst du es machen. Willst du als Grafiker, darfst du einmal austoben. Und wie schmeckt es? Fros? Mir schmeckt es. Vielleicht für unsere Zuschauer zu Hause. Was kann man heraus schmecken? Oder soll man? Ja, wichtig ist, glaube ich, bei einem hellen Bock. Die Stammwürze muss passen, aber ich liebe Hopfen und der Hopfen muss rein. Jetzt muss eine Hopfen drin sein. Es hat eine schöne Hopfenblüte und es hat eine relativ leichte Trinkbarkeit. Das heißt, es ist nicht mastig im Abgang. Und es soll ja so sein, dass man nach dem zweiten Seil oder das dritte Seil trinkt, weil das beste Bier ist das verkaufte Bier. Das ist etwas, was wir definitiv gelernt haben in den letzten drei Wochen. Es muss das nächste noch einmal schmecken. Lieber Bernhard, wie schaut es bei dir aus? Auch du hast uns ein Bier mitgebracht, den Aufsorger von der Wieninger Brauerei. Erzähl einmal, was die Verkoster und Verkosterinnen zu Hause da erwartet. Also wir haben auch eine Sortimentserie, das sind unsere Werkstattbiere und da haben wir uns ein bisschen, der rote Faden ist, dass die alle einen bayerischen Namen haben, weil der Brauerei Wieninger ist ja aus Bayern, der Teisendorf, mitten im Roberto-Winkel und man hat auch bei einem Etikett sich denkt, was macht man und wir haben einen Namen gewählt oder einen bayerischen Namen aufgesagt und das heißt, das Bier kann was, das zeigt auf. Und wir haben da ein Hopfer gestopft, ein Kaltkopf-Festbier, das haben wir mit Aromahopfen gestopft und ich finde halt, das Wichtigste ist, dass die Dosis macht, also nicht viel Hopfer reinschmeißen, sondern angemessen, dass man eine schöne Aromatik vom Hopfen hat und auch noch eine angenehme, bittere beim Trinken, dass man halt auch, wenn man schon drungen hat, wie gesagt, auch den nächsten Schluck noch mag. Sehr schön, also das ist definitiv das Wichtigste dabei, danke dafür und dann fällt uns noch einer, Matthias Schneitl, welches Bier hast du uns mitgebracht? Ich habe mitgebracht jetzt Grunderzhausen am Meisterbräu und zwar ist das Bier ja kreiert worden von unserem Braumeister, vom Alex Pöllner zur 175-Jahr-Feier, die war eben vor fünf Jahren, also haben wir 180 Jahre und das Etikett ist ein, ja, ich will nicht sagen traditionelles, aber das hat es schon mal gegeben, es hat ein Schneitl Meisterbräu mit diesem Rautenmuster oder mit diesem karierten Muster hat es schon mal gegeben und man muss es nicht immer neu erfinden, man kann einmal was Altes aufwärmen und haben wir das dann auch durch den Grafiker halt ein bisschen der Zeit entsprechend anpassen lassen und das Bier ist ein bayerisches Märzen und ich habe heute mit dem Braumaster noch mal telefoniert, weil man da natürlich die Anzahl der Malze doch etwas mehr ist wie normal, also wir haben da Pilzermalz drinnen, Münchnermalz, Melanoidinmalz, dann ein bisschen Weizenmalz und ein Gersten Rauchmalz und dann ist das Ganze mit Hopfen verfeinert worden, also mit Saphir, Select und Hallertauer und, Herzbocker, Entschuldigung und es ist nicht nur beim Sud jetzt dazugegeben worden, sondern auch im Kaltbereich Hopfen gestopft und das ganze Bier ist naturgeklärt, also wir haben es nicht filtriert und es war eigentlich vor fünf Jahren eben diese Idee, ein Festbier zu brauen und ja, das ist glaube ich ganz gut gelungen und ja, es ist wie gesagt, ich glaube auch bei den Leuten ganz gut angekommen, weil es gibt es ja mittlerweile schon seit fünf Jahren. Wir haben ja auch für unsere Community immer die Kategorien Schaum, Farbe, Geruch, Geschmack, Etikette, was würdest du sagen, ist euch daran am besten gelungen von den Kategorien? Ja, also ich glaube, dass es die Kombination ist, also das Bier ist sehr speziell, das ist jetzt nicht so alltäglich, die Etikettenform oder Art ist jetzt auch nicht typisch für uns, also auch wieder was anderes. Ja, Aufmachung, Marketing, 175 Jahre, ist selber ja Grund zum Feiern, also ja, also ich glaube, dass das ganze Gesamtpaket macht und da glaube ich, alles miteinander eigentlich das Produkt ausmacht. Dann lasse ich euch da noch ein bisschen weiter feiern, macht es euch gemütlich noch bei uns, verkostet euer Bier weiterhin. Schön, dass ihr da gewesen seid. Prost. Prost. Prost, so viel Zeit muss sein. Jetzt würde mich natürlich auch interessieren, welches war denn euer Lieblingsbier von diesen? Habt ihr da auch noch Erinnerungen an die Verkostung? Schreibt es doch auch gerne dem Claudio hinein. Und Claudio, zu dir schaue ich gerade auf. Gibt es in der Zwischenzeit Fragen? Fragen? Ja, an den Georg kam eine Frage tatsächlich. Und zwar, nach so langer Brauereigeschichte würde den Zuschauer interessieren, wie viele Braumeister denn schon die letzten paar hundert Jahre da durch die Brauerei gingen, ob man das ungefähr sagen könnte. Wie viele Braumeister? Ganz einfach zu rechnen, eine Generation sind 25 Jahre. Die Besitzer waren die Braumeister damals selber. Und man muss ja wissen, dass der Brauerberuf ein Frauenberuf war. Das waren, ich glaube, in der antiken Zeit eher die Braumeisterinnen, die den Betrieb am Leben gehalten haben. und ja, alle hundert Jahre vier Stück. Zurzeit habe ich in meinem Betrieb sechs Braumeister beschäftigt bei einem Gesamtausstoß von 30.000 Hektolüter. Sehr schön. Dann schauen wir jetzt einmal, was so die Lieblingsbiere gewesen sind. Ich darf euch noch einmal erinnern an unsere Verlosung. Claudia wird dann in Kürze die schönste, romantischste, emotionalste Rezension auswählen. Und die gewinnt dann, wie gesagt, unsere Metallbox zwölf Stück Spezialbiere von Kalea. Wird die vorgelesen? Ja, die werden wir dann definitiv vorlesen. Also seid ruhig kreativ. Jetzt würde mich interessieren, verkostet ihr auch einen Kalender? Wenn ja, welchen? Und was war so euer Favorit aus der letzten Woche? Weil jetzt werden wir dann gleich schauen, was ihr als die besten Biere der letzten Woche gewählt habt. Mirko? Also ich verkoste den Österreich-Kalender, selbstverständlich. Und ich bin absolut beim Zap. Ich finde den Reader Bock, also ich bin ein absoluter Bock-Bier-Fan und ich finde den Reader Bock sehr, sehr gelungen und ja, ist mein Highlight der Woche. Okay. Liebe Mareike, wie war es bei dir? Ich habe den Craft Beer-Advent-Kalender. Ah, cool. Advent-Kalender. Logischerweise. Logischerweise, genau. Und ehrlich gesagt, habe ich noch nicht alle davon getrunken, aber was ich jetzt gestern im Glas hatte, war von Hoppebräu die Wuitzaub. Das ist ein New England Pale Ale und das war auch super schön fruchtig, super süffig, nicht so schwer. Und auf die anderen bin ich noch sehr gespannt, aber ich habe sie tatsächlich noch nicht getrunken, weil ich mich auch nicht hinsetze und jeden Tag ein Bier trinke. Aber das liegt an meinem Job. Du bist halt wie Genießerin auch. Genau. Richtig. Georg, hast du auch einen Kalender zu Hause? Wir müssen uns wiederholen, Marei Kek. Schade. Also ich muss auch den Markus Hoppe für sein Weißbier, also ein schönes, traditionelles Weißbier. Ich finde gerade schade, dass Weißbier nicht mehr so gehypt wird wie früher. Ich persönlich bin ja mit Weißbier groß geworden, also die Muttermilch des Bieres war bei mir Weißbier. Deswegen hast du so gute Hobbys. Genau. Und so schöne Hobbys. Ja, Bier hält schön. Und macht Schönheit. Ja, genau. Markus Hoppe ist sein Weißbier. Das hat mir sehr, sehr... Diese Aromen, die habe ich jetzt noch in der Nase. Ich finde es echt klasse. Er macht einen guten Job. Super, danke schön. Jetzt habe ich gesehen, ihr hattet schon kurz die Grafiken drinnen. Jetzt wollen wir es aber noch einmal sehen, wie eure Einschätzung mit der Community zusammenpasst. Vielleicht bekommen wir noch einmal die Einblendung des deutschen Kalenders. Edition Deutschland. Hauptbeweis. Spirschau. Mein Lieblingsetikett hat gewonnen. Sehr schön. 23 Prozent. 18 dahinter Falter Export Hell. Und weniger Aufzorger. Schau, da ist er. Der ist gerade verkostet worden. Ist auf dem Platz frei. Ja, gratuliere. Dann schauen wir zu den Craft-Bieren. Reichenauer Island Ale vor dem Hoppebräu, wo ich zau, das hast du gesagt, war auch eines deiner Favoriten. Und bei der Edition Österreich gewinnt der Schneitel Meisterbräuner, bitte. Sehr gut. Sehr schön. Dann gibt es auch noch etwas zu gewinnen, haben wir ja schon gesagt. Und jetzt bräuchten wir dann von Claudio. Die schönste Rezension. Hast du eine gefunden, Claudio? Naja, wir haben ja ganz viele Rezensionen. Die sind manchmal länger, manchmal kürzer. Von einem Wort, wie heftig, phänomenal oder ähnlich ist. Ja, wir sind sehr ausführlich. Also es gibt auch welche, die schreiben hier einen Aufsatz. Auch das gibt es. Aber ich habe eine gefunden und die ist von dem oder der Dani Haas. Ich kann die gerne mal vorlesen. Gerne. Golden und trüb kommt das IPA ins Glas. Der gemischte Schaum bleibt lange als hübsche Krone auf dem Top. Ein intensiv fruchtiger Duft für die Nase. Voller Antrunk, bitter und exotisch fruchtig im Mund und mit sanfter Kohlensäure. Kräftiger Abgang mit einem starken, bitteren Geschmack. Das Mundgefühl ist herrlich bitter und sehr langanhaltend. Gutes IPA, gerne wieder. Also diese Beschreibung hätte fast von dir kommen können, Georg. Sehr schön. Ja, dann liebe Dani, gratuliere. An dich geht in dem Fall wohlverdient der Gewinn von unserer Box mit den 12-4-Spezialitäten. Und jetzt gibt es für euch noch eine Challenge, eine kleine Überraschung. Vielleicht habt ihr die letzten Wochen schon ein bisschen schmökern können, aber ihr seid jetzt auch dran. Und jetzt muss ich noch ein Geheimnis wieder lüften, was wir erfahren haben. Lieber Georg, es geht jetzt, ja, ein weiteres schönes Hobby von dir, glaube ich, ein Bier-Hobby. Es geht zur Bierkisten-Challenge und du bist sage und schreibe Bierkisten-König 2009. Erzähl doch ganz kurz noch, wie es dazu kam, bevor wir hinausgehen und die Challenge starten. Ja, es ist lange her, der Werner Kloster rief mich an und sagte, du, das ZDF hat angerufen, sie suchen eine Bier-Challenge, das heißt Bierkasten-Stapel. Und ob ich da mitmachen möchte mit meinem Team. Und das Ganze startet immer in einem Freizeitpark in Rust und da war der Stefan Rost, so ähnlich oder so heißt er. Wir sollen da antreten und sollen die Challenge da machen. Und dann haben wir trainiert mit dem ganzen Brauereiteam natürlich. Alle haben T-Shirts bekommen und alle waren mega begeistert. Und wir haben damals trainiert wie die Weltmeister und haben damals wirklich am Brauereihof 24 Kästen geschafft. Unglaublich. Ich hoffe, du hast ein bisschen was von dieser Technik noch intus und hast noch was in Erinnerung, denn wir gehen jetzt hinaus. Ihr drei dürft euch jeweils einen vom Tisch drüben schnappen, der soll euch helfen. Ihr seid dann quasi drei Teams, einmal Georg, einmal Mareike und einmal Mirko. Ihr schnappt euch einen Partner. Und dann gehen wir direkt hinaus. Inzwischen hat es ja bei uns ein bisschen geschneit und es ist ein bisschen weiß geworden in Salzburg. Also perfekte Bedingungen heute. Dürfen wir gleich hinaus zur Bierkisten-Challenge. Es ist soweit. Ihr seid heute dran. So, für die alteingesessenen Bier-Tasting-Zuseher und Zuseherinnen ist es ja keine Überraschung mehr. Es geht wieder darum, wer die meisten Bierkisten zwischen den Bäuchen stapeln kann. Wir haben schon mitgehört letztes Mal. Es geht schon sehr um die Technik auch, aber natürlich ein bisschen Kraft und Muskeln gehören auch dazu. Drei Teams haben wir heute. Und ich würde sagen, wenn Sie bereit sind, auf die Plätze, fertig, los! Habt ihr jemanden, der euch hilft? Nein, wir brauchen aber nicht. Ja, dann machen wir das so. Ja, super. Dann werden wir doch mal einspringen heute. So, der Peter macht es. Jetzt sind wir natürlich gespannt. Wir haben schon gesagt, Georg Rittmeier, der Bierkisten-König aus 2009. 24 waren es damals. Noch ist er im Rennen. Und wir sehen da dahinter, es ist definitiv eine andere Technik. Sie stapeln von unten nach oben. Also wir werden schauen, wer da gewinnt. Mirko ist noch im Rennen mit dem Josef. Mareike und Bernhard sind leider ausgeschieden. Team Nummer drei. Jetzt wollen wir gleich einmal schauen. So, Georg, jetzt wollen wir ein bisschen die Taktik mithören. So, es wird schwierig. Ich brauche den. Nachführen, wir führen. Wir brauchen mehr Druck. Mehr Druck, sagt der Georg. Spannend hier von unten nach oben. Und da reine Muskelkraft in Team Nummer eins. Jetzt zwei, vier, sechs, acht, zehn, elf. So. Zwei, vier, sechs, acht, zehn. Wir müssen aufschließen. Bierkistenkönig 2022. Es ist schon wieder Georg Rittmeier. Hat es geschafft, gemeinsam mit dem Matthias Schneidl. Wir lassen Sie noch ein bisschen weiterbauen. Und ich darf euch einladen, dass ihr um 20 Uhr wieder dabei seid. Wir gehen jetzt dann direkt in den Experten-Talk hinein. Auch heute wieder ein sehr, sehr spannendes Thema. Wir schauen uns an. Privatfrauereien versus große Big Player im Geschäft. Da ist ja immer so eine kleine Diskussionsrunde dabei. Und auch die schauen wir uns heute an. Also seid gerne wieder dabei, währenddessen wir hier noch ein bisschen feiern. Mit unserem Bierkistenkönig. Da geht es noch weiter. Bis gleich um 20 Uhr beim Experten-Talk. Güte, ist ja so, oder? Ja, sag auch. Den haben wir dumm, den ist krassend. Peter, ist das noch regekontakt? Aber jetzt haben wir einen Rekord. So lange der Rittmeier ist. Jetzt machen wir es voll. Jetzt machen wir es voll. Wie viel haben wir denn schon? Eine, eine. Heute ist halt Teamwork angesagt. In Salzburg. Ich habe mir gedacht, dass ich mich da umgehebte. Da ist der Schneidl nicht zu drücken. Nein, nein. Da ist es fertig. Achso. War es schon, oder? Achso. 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 Da muss halt da noch ein Bier ausgeben. Und jetzt haben wir den Rekord abschneiden. Alter, ich kann mich wieder durch. Da waren jetzt ein paar Brotwärts. Matthias, wie geht es dir da ganz hinten? Ja, du, gut, ich stehe ja nochmal dumm. Ist es auch schwer? Ist es anstrengend? Ja, es ist schwer. Es zieht etwas. Es zieht etwas. Ja, ja, ja. Ja, ja. Jetzt sind wir gespannt, ob heute die Sendezeit ausgeht oder die Meter nach hinten. Wir sehen einmal. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn, vierzehn, fünfzehn, sechzehn, siebzehn, achtzehn, neunzehn, zwanzig. Oh, wieder Stoff. Hey! Jetzt ist es aber soweit. Zwanzig Stück. Jetzt ist es in unser Gefallen. Wir sehen uns in Kürze um 20 Uhr. Wie können kleine Servat-Frauereien noch überleben im Vergleich zu den Großen? Bis gleich. Wie können kleine Servat-Frauereien noch überleben im Vergleich zu den Großen? Wir sehen uns in Kürze. Vielen Dank.